Musik Herzlich Willkommen zu regionalhilfe.de, zu Liberty and Peace Now, Human Rights Apport, das internationales Medienprojekt für Menschenrechte und zu British News Flash Magazin und regionalhilfe.de, freie Arbeitsgemeinschaft für Medien und Hilfe Projekte, Weihnachten 2011. Ich wünsche Ihnen allen Zuschauern und Zuschauerinnen, Hörer und Hörerinnen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit, viele gute, schöne Fest- und Feiertage und an dieser Stelle auch schon ein frohes und gesegnetes Silvesterfest und vor allem, was wir alle ganz gut brauchen und wonach sich viele Menschen in dieser Welt auch sehnen, ist ein gutes, neues, friedvolles und gesundes Jahr 2012, erfüllt mit Liebe, mit Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit für möglichst viele Menschen und auch Gesundheit. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und frohe Weihnachtsfeiertage, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich heute von dieser Stelle aus. Mein Name ist Andreas Glam Sabort, französisch-deutscher Journalist, Verleger, Herausgeber, Moderator und Autor von insgesamt zehn veröffentlichten Büchern und wenn es schneit und die Straßen kalt und matschig oder gar glatt sind, dann können Sie ja vielleicht ja auch mein neuestes Buch lesen, das im November 2010, Entschuldigung, 2011 erschienen ist. Das ist Andreas Glam, Journalismus und Pflege, eine Biografie und Bibliografie. Mehr dazu später. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und seien Sie behütet und möge Gott der Herr möglicherweise auch reichlich seinen Segen schenken und geben an alle, die zuschauen und zuhören. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind und wieder gesund werden können, dann werden Sie bitte wieder gesund. Ihr Andreas Glam Sabort von Liberty and Peace Now, Human Rights Supporters. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Mehr in diesem Programm bei Radio TV IBS Liberty. Weiter und ausführliche Informationen zu Radio TV IBS Liberty finden Sie auch am Internet bei www.ibstelevision.org www.ibstelevision.org oder einfacher www.radiotvinfo.org Ich sage es noch einmal zum Mitschreiben, radio.tvinfo.org Wir sehen uns beim nächsten Mal.